Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin bei 30.300 US-Dollar. Neue Woche, möglicherweise neue Pump oder müssen wir diese Woche eher mit einem kleineren Abverkauf rechnen? Das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Natürlich werden wir auch auf den Blick mal auf Ethereum gucken und auch mal so auf den Euro-Chart mal ganz kurz, weil wir ja da im Wochenausblick darüber gesprochen haben, mögliche Trades und sowas und der erste Take-Profit wurde da auf jeden Fall schon mal erreicht. Vielleicht. Also wird heute wieder ein bisschen viel im Video. Ich versuche es aber so eng, maschig wie möglich zusammenzufassen. Ansonsten, wie immer, kennt ihr ja das Spiel. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. Kommt da gerne rein. Und wie ihr schon seht, gestern VeChain-Update und heute früh Bitcoin-Cash-Update-Video. Also es geht jetzt wieder los mit euren Altcoin-Wünschen. Ich habe auch noch zwei, drei Wünsche, auf die ich die nächsten Tage oder jetzt im Laufe der Woche dann auf jeden Fall eingehen möchte. Ansonsten, wenn ihr Wünsche habt, auch gerne unten in die Kommentarspalte reinschreiben. Pusht einerseits den Algo und es ist auch gut für euch, damit eure Wünsche auch sicher drankommen. Gut, und damit würde ich sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Bitcoin, wie gesagt, bei 30.300 US-Dollar, wenig Veränderung im Gegensatz zu gestern. Gestern hat sich kein Video einfach gelohnt. Und wir hatten unseren Dump heute Nacht, in Anführungszeichen, auf 29.900 US-Dollar. Haben somit diese 1-Stunden-Demand-Zone, die ihr hier drüben seht, wir können sie auch nochmal ein bisschen so gescheit machen. So, das ist die 1-Stunden-Demand-Zone. Wurde gehittet, haben die Ineffizienz hier drüben gefüllt, auch einen schönen Impuls nach oben hinbekommen. Nur dieser Impuls hat jetzt nicht mehr wirklich lange Stand gehalten. Also gefällt mir charttechnisch jetzt nicht wirklich so gut, was jetzt da wieder vonstatten gegangen ist. Hat natürlich auch damit zu tun. Jetzt ziehen wir uns mal ganz kurz das kleine FIP-Level dazu. Ja, wir wurden hier rejected. Einerseits schon am 0,5er, also wir haben es nicht mehr über das 0,5er geschafft mit diesem Impuls. Sehr, sehr schlecht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, okay, wenigstens ist das Golden Pocket mal hier anzugreifen. Hat es leider nicht erwischt. Deswegen sofort wieder ein bisschen so nach unten gegangen. Jetzt versuchen wir uns hier ein bisschen zu stabilisieren. An sich ist der Abtrend aber noch intakt. Also momentan, grundsätzlich bin ich für eine Korrektur. Hat natürlich auch damit zu tun, wir sind auf den größeren Timeframes. Und da schauen wir uns gerne mal auf dem Daily-Timeframe das ganz kurz mal an. Absolut überkauft momentan noch. Keinerlei Bearish Divergence wäre dann nur so eine mini, mini, minimale. Darauf sollte man nicht zu achten. Wir haben eine relativ dünne Newslage auch die Woche. Wir haben einen Wochenausblick darüber gesprochen. Auch nicht wirklich viel, was da auf uns zukommt. Also wir müssen echt vorsichtig sein. Deutet aber momentan so ein bisschen hin, dass wir so eine kleine Bullfleck haben. Und auch interessant, was hier vonstatten gegangen ist heute Nacht. Wir haben perfekt den Daily-Demand-Zone getestet. Also wir haben uns hier aus dieser Daily oder aus diesem Daily-Order-Block besser gesagt, Demand wäre ja mit dem RIG, aber wir haben hier sogar nur den Order-Block angetestet und uns die Liquidität hier rausgezogen und daraufhin den Impuls eben gesehen. Also momentan sieht es eigentlich alles noch bullisch aus. Schlecht wird es erst, wenn wir eben unter diese 29.886 Dollar Marke drunter fallen mit einem Daily-Close. Dann würde ich mir Gedanken machen um den Ad-Trend. Ansonsten sieht es wie gesagt an sich nicht schlecht aus, dass wir im Laufe des Tages beziehungsweise im Laufe der nächsten Tage, im Laufe des Tages ist es ein bisschen eng, weil ihr wisst, was ich meine, zumindest nochmal einen Impuls auf das Gesamt-Golden-Pocket sehen. Also von unserem Pump hier oben bei 31,4 könnte es nochmal bis auf ungefähr 30,8, 30,9 auf jeden Fall gehen. Das ist sogar eher so das pessimistische Preisziel, was ich jetzt mal sagen würde. Besser wäre es sogar, oder was ich sogar eher glaube, dass wir uns hier oben nochmal den Bereich zwischen 31,5 und 31.800 US-Dollar holen. Grundsätzlich bin ich aber wie gesagt ein bisschen skeptisch, dass diese Aufwärts-Rallye noch lange standhält. Aber wie gesagt, wir sind weiterhin long, daran hat sich nichts geändert. Ich werde auch einen Teufel tun, um die Long-Position hier jetzt schon zuzumachen. Ganz im Gegenteil, ich überlege sogar euch jetzt auch nochmal hier so eine kleine Posi reinmachen zu lassen bzw. als signalmäßig natürlich in der Signalgruppe, dass wir hier vielleicht nochmal versuchen, so mit 1,7% Risk, finde ich eigentlich human, das Risk hier nochmal so einen kleinen Long einzugehen, um zumindest die Gegenbewegung ins einerseits Golden-Pocket oder bestensfalls sogar bis hier oben 31.500 US-Dollar hochzugehen. Ob wir höher gehen, bezweifle ich ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt nicht so ultra-bullish, dass ich jetzt sage, okay, wir brechen jetzt hier oben diesen Widerstand bei 32.400 Euro, dieses Top, glaube ich, derzeit momentan zumindest noch nicht. Da fehlt mir einfach so ein bisschen die Power einfach dahinter, auch das ganze Wochenende wenig, was hier vonstatten geht. Und was wir auch haben, wir haben hier so einen kleinen Downtrend derzeit, der uns auch ein bisschen zurückhält. Brechen wir da drüber und so, wie gesagt, 30.9, 30.8 ist so das grobe Ziel wegen Golden Pocket. Brechen wir das Golden Pocket, dann sind die nächsten Ziele auf jeden Fall die 31.428, unser Top, beziehungsweise 31.800 US-Dollar. Und da habe ich ja auch gestern, beziehungsweise die letzten Tage schon mal dazu geschrieben, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es. Ich weiß es gar nicht mehr. Ein bisschen weiter oben auf jeden Fall war es wahrscheinlich schon letzte Woche irgendwo, wo ich dazu geschrieben habe, okay, wir machen Short-Bereich hier oben irgendwo in diesem Bereich. Vorher möchte ich hier nicht shorten, das Risiko ist mir einfach zu groß, dass wir hier nochmal so einen Fake-Move nach oben hinkriegen, aufgrund eben der dünnen Newslage, aufgrund eben des Hypes, in Anführungszeichen, was momentan so ein bisschen vonstatten geht. Die Bearish Divergence, die wir hier auf dem 4-Stunden-Timeframe haben und so, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, um jetzt hier schon direkt Short zu gehen. Grundsätzlich bin ich aber einfach dafür, okay, Korrektur wird früher oder später kommen und bestenfalls dann hier runter in unser Gesamt-Golden-Pocket bei ungefähr 27.400 US-Dollar. Liegt perfekt in Confluence eben mit diesem vorherigen horizontalen Widerstandsbereich, mit unserem Void, was wir hier unten noch haben, also der Ineffizienz, die hier unten gebildet ist. Da würde schon sehr, sehr viel zustande kommen und wenn jetzt hier wieder Pattern-Freunde unterwegs sind, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, okay, wir bilden hier jetzt möglicherweise ein Head-and-Shoulders-Chart-Pattern, würde perfekt mit dem Golden Pocket hier zusammenpassen. Dann wäre auch ungefähr das technische Preis hier zwischen, ich sage jetzt mal 28 und 27.400. Also einfach mal so ein bisschen im Kopf behalten, das würde charttechnisch passen. Hit ins Golden Pocket, dann möglicherweise Short, aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen zu früh. Ich gehe eher davon aus, dass wir hier eher so eine Art Doppeltop bilden und so lange warten wir auch noch mit Short. Ich bin weiterhin Long-lastig und wie gesagt, das Signal könnte ich mir dann vorstellen, dass ich da noch raushauen werde. Gehen wir rüber zu Ethereum, wie sieht es dort derzeit aus? Wir haben unser Ziel hier oben, wo unser Short-Bereich ist, derzeit bei den 2.000 US-Dollar noch nicht erreicht. Das ist auch so ein Grund, warum ich derzeit ein bisschen davon ausgehe, dass Bitcoin doch noch ein bisschen steigen könnte, einfach um Ethereum hier noch ein bisschen mitzunehmen. Gefällt mir nämlich derzeit auch noch nicht. Wir haben hier eine schöne horizontale Range gebildet, sind noch nicht ausgebrochen. So eine Art Head & Shoulders würde ich hier nicht sagen. Das ist einfach eine schöne Seitwärts-Range, die sich hier gebildet hat. Wir haben hier drüber sehr, sehr viel Liquidität, natürlich auch aus vergangenen Zeiten, vom 7. Mai hier drüben noch und vom 29. Mai auch noch. Also wir haben hier schon über uns noch eine Menge, Menge Shorts, die hier noch liquidiert werden könnten, die uns dann den Push in Richtung 2.000 US-Dollar geben könnten. Vorher werde ich auch hier keinen Short reingehen. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, dass wir hier nochmal einen Abverkauf sehen, möglicherweise bis 1.777. Das ist einfach hier diese ehemalige Range und der Retest unseres Inverse Head & Shoulders Chart-Patterns. Dann würde ich hier eher long gehen, anstatt jetzt hier in diesem Bereich Short zu gehen. Nur weil langsam so das Momentum ein bisschen weniger wird, kann auch fatal in die Hose gehen. Deswegen warten wir hier weiterhin noch ein bisschen mit dem nächsten Trade eher Short, anstatt jetzt hier irgendwie Short zu gehen. Also 2.000er Marke und 1.980, 2.000 US-Dollar Marke. Das ist der Zielbereich, den ich gerne treffen würde. Ansonsten long 1.700, machen wir mal 80, um es ein bisschen aufzurunden und um nicht wieder die Position hier zu verpassen. Und dann habe ich euch ja am Anfang des Videos noch gesagt, ich würde oder mit Euro long, der läuft auch perfekt. Und zwar eigentlich sehr, sehr gut auf dem 4-Stunden-Time-Film. Wir gehen mal in die kleineren Time-Films. Long Position läuft. Erster Tech-Profit wurde einerseits hier erreicht. Wir sind jetzt auch im Golden Pocket hier angekommen, wo wir im Wochenausblick darüber gesprochen haben. Kommen jetzt also hier so langsam aber sicher in den Widerstandsbereich rein. Den zweiten Tech-Profit seht ihr hier oben, wäre bei 1,097. Dort liegt der zweite Tech-Profit, erster Tech-Profit genommen, Stop-Loss-Entry und Gutes. Wollte ich euch nur nochmal so ein kleines Update geben. Forex-mäßig sind doch einige dabei, die es interessiert. Und ansonsten würde ich sagen, war es das wieder für das heutige Video. News gibt es gerade keine, außer so eine Kleinigkeit möchte ich nicht verheimlichen. Es gibt jetzt ein bisschen wieder so Maxi-Fat da draußen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ihr wisst, ich habe euch schon mal vor ein paar Wochen gewarnt. Ich habe nichts mehr auf Maxi draufliegen. Habe jetzt auch wirklich alles runter, bis auf 2 Dollar, was ich nicht verkaufen kann. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall geht gerade wieder ein bisschen rum. Also Leute, Vorsicht. Auch Maxi, natürlich habt einfach nicht zu viel auf den Börsen. Ist mir ganz wichtig, einfach immer meist auf den Hardware-Wallet oder sowas. Es gibt keine 100% safe Börse einfach, muss man so fairerweise sagen. Und auf jeden Fall wollte ich euch nur nochmal ganz kurz mitgeben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, Abo da lasst und natürlich wie immer gerne kommentiert. Das war es von mir. Wir hören uns zum nächsten Video wieder morgen früh. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, Stay Crypto. Und eine erfolgreiche Woche uns allen. Montag, neue Woche, neues Glück. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.